Egal, wir dürfen glaube ich echt nicht so schnell sein, wenn wir wieder alleine sind mit einem Pferd, dann können wir das ja machen, aber so geht das nicht so gut. Hier sind auch schwarze Pferde, sehe ich gerade, aber wir haben zwei wunderschöne und die sind auch cool. Oder wollen wir eins mitnehmen, pass auf, wir nehmen mal, wir machen das mal so. Wir nehmen doch ein schwarzes, aber das hier mit weiß, das finde ich cool. Kommst du? Schwer, äh Pferd, ich wollte schon Schwert sagen, aber es ist ja ein Pferd. Du kommst. Das wird aber auch nicht schnell, oder? Doch, es wird schnell, das ist natürlich auch geil. Och kacke, jetzt ist hier Wasser. Aber das ist natürlich ganz nicht so schön. Müssen wir wohl außen rum reiten. Du kommst, du kommst, okay. Das ist ja echt, äh, ein bisschen blöd. Dann müssen wir halt um den großen Wald herum. Wo ist das Seil jetzt eigentlich hin? Ah, gut, da. Okay, ich hab noch gefunden, das Seil. Alles gut, alles gut, alles gut. Komm wieder, nein, 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 okay. Solange wir das Seil wiederfinden, ist alles gut, weil eins haben wir jetzt schon verloren. So, wir reiten jetzt gerade nicht mehr auf dem direkten Weg nach Hause. Das ist schade, dass das Seil immer nur reißt und dass es dann nicht hinterherläuft, weißt du? So. Ja, gut. Ähm, jetzt ist halt nur die Frage, ja, fährt es gut, beruhigt dich. Ähm, gehen wir hier rum. Na, klasse. Gehen wir unten rum. Und hier dann natürlich auch wieder hoch, ne? Kommst du? Ach, da ist es ja. Okay, hat sich ein bisschen hochgeportet. Okay, das ist wieder ein bisschen scheiße jetzt, aber gut. Da lang muss ich, in die Richtung. Man ist natürlich schneller mit dem Pferd, das ist so. Ne? Ähm, ich darf nicht über das Wasser, weil dann saufen die irgendwann. Und das wollen wir ja auch nicht. Beziehungsweise ich glaube, dass das hinter uns wird das schaffen, aber da, wo wir halt drauf sitzen. Das geht halt nicht. Haben wir Blöcke? Nein, dann würde ich mal eben schnelle Brücke bauen. Aber gut, dann müssen wir halt so irgendwie durchkommen. Ja, da könnte das theoretisch klappen. Okay, alles gut. Du kommst da daher? Ja. Okay, siehst du, sag ich doch, so klappt das dann und dann geht das auch. Aber ein bisschen tricksen muss man halt. Oh, nee. Da unten ist das Seil. Shift. So. Zack. Zack. Okay. Weiter geht's. Pferdchen. Auf flachem Gelände kannst du schnell sein. Aber eben halt, wenn du irgendwie hochkommst, weil, siehst du, da kommt das dann nämlich nicht mehr hinterher. Das ist doof. Bist du oben? Okay. Ich glaube, runter geht auch ganz gut, aber hoch eben halt nicht, ne? Och Gott, wo lang müssen wir noch ganz? Das wird ja noch was. Oh Mann. Ja gut, komm, wir gehen mal unten rum. Oh Mann. Ich wollte da genau durch. Nein, 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 da ist es. Nein, Shift. Schnell, schnell, schnell. Wo ist es, wo ist es? Zack, zack. Komm. Mit zu meinem Pferd. Wo ist das jetzt? Scheiße. Nein. Kacke. Da, alles gut. Mach das nie wieder, Mann. Wir müssen da übrigens in die Richtung. Ne? Pferd. Nur damit du Bescheid weißt. Oh Gott, ey. Das ist eine scheiß Aktion, ne? Na komm. So, da kommen wir rüber. Alles gut. Hier kommen wir auch durch. Weil wir halt super sind. Es sind nur noch 200 Meter, mein Gott. Die schaffen wir jetzt auch noch. So. Noch ist das Pferd hinter uns in Ordnung. Da muss halt echt extrem drauf achten, dass das Seil nämlich nicht abreißt, so wie jetzt gerade. So, nur das sei erstmal wiederholen, holen gehen muss, weil du musst dich halt ein bisschen beeilen, weil die Pferde halt auch weglaufen. So. Ich bin froh, wenn wir das geschafft haben und dann reiten wir noch die Wölfe holen. Aber ich denke dann für Panzern wir dann auch unser Pferd. Weil wir haben ja, haben wir überhaupt welche? Ich weiß es nicht. Haben wir? Pferdepanzer? Ich glaube ja. Ähm. So, ich sehe schon mal unser Haus. Das ist natürlich super. Ähm. Zack. Da kommen wir nicht durch. Das ist natürlich super. Komm mit Pferd. Zack. Hier durch? Nein. Och, kacke. Man sieht immer nicht so gut, wo man durchpasst und wo nicht, ne? Och, komm, so kurz vorm Haus. Dein Ernst? So. Und du rennst ja wohl nicht weg. Du bist ja wohl behindert. Du bist meins. Du bist cool. So, die Frage ist jetzt eben halt nur, wo wir sie einsperren so lange. Ich weiß sogar schon was. So. Da. Du bleibst schön hier. Äh. Was machen wir mit dir? Mit dir. Also das ist schon mal safe. Das ist natürlich super. Das bleibt da ja jetzt. Die stelle ich mal eben hier ab. Ähm. Und dann besorge ich Monsterkiste. Ja, bloß haben keine. Doch, wir haben hier noch. Na gut, wir haben Bogenmiel. Aber wir haben keine Knochen. Das ist scheiße. Dann gehen wir jetzt erstmal nochmal kurz ein Seil. Wir bauen noch ein Seil. Ganz schnell. Zack. Ähm. Eins, zwei, drei, vier. Ich hoffe, dass das Fett jetzt gerade da bleibt. Wehe, wenn nicht, ne? So. Machen wir uns mal schnell zwei Seile. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Da ist es hin. Zack. Binden wir das jetzt hier auch erstmal irgendwo an. So. So. Dann haben wir die beiden angebunden. Hallo. Okay. So. Dich binden wir mal da an. Okay. Ähm. So. Jetzt gehen wir erstmal das Gehege bei der Pferde-Fiehzeuge. Da machen wir mal eben kurz was schauen. Genau. Ich muss mir meinen Tee trinken. Solange der warm ist. Weil ich möchte den nämlich nicht kalt trinken. Ich bin voll der Teetränker. Das ist, äh, komisch. Wie ich jetzt von Energy zum Tee komme. Ich war früher voll der Energy-Sucht. Jetzt bin ich voll der Teesucht. Ich bin nur am Tee trinken. Ganzen Tag. Ist das zu glauben? Glaube ich nicht, ne? Das sind doch alle Energy-süchtige Mistviecher. Weiß ich doch nicht. So. Ähm. Dann nehmen wir natürlich auch unser Pferd einfach. So. Dann haben wir hier eine schöne Blume. Blume. So. Wo ist das Seil? Ah, okay. Haben wir wieder. Okay. Super. Dann auf geht's zum Hof. Das ist so schön mit dem Pferd. Weil die Laufwege einfach um so viel verkürzt werden. Da komme ich gar nicht durch. Das ist natürlich super. Hör rein. Greiten wir einfach übers Dach, ne? Ich dachte schon nicht. Damm, 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 damm. Scheiße. Ups. Entschuldigung, Pferd. So. Jetzt ist halt nur noch die Frage, wo binden wir es an, ne? So. Tschüss. Das ist schön so. So, das müssen wir natürlich auch noch weitermachen. Aber ich möchte jetzt mal den Stall für die Pferde machen. Fähne mir die Koppel, ja? Ähm, ich denke mal, die machen wir so ab hier. Erstmal einfach rüber. So. Und dann machen wir hier tatsächlich noch so einen kleinen Platz. Und dann kannst du hier noch so, so ein Zack, so ein Stück ran da, natürlich an die Scheune. Machen wir sogar noch einen mehr Platz. So. Und dann ziehen wir das Ganze tatsächlich bis hier hindurch. Machen tatsächlich noch noch ein Stück mehr Platz. den kleinen, süßen Viechern. So. 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 Da kommen die ja eh nicht durch. Hier muss dann jetzt überall Zaun hin. So. Mehr Zaun haben wir nicht. Das ist blöd. Wir haben noch bestimmt vorne in der Kiste noch irgendwie Holz drin gammeln. Das Haus ist ja auch noch gar nicht fertig. Wir haben so viele Baustellen. Wow, haben wir hier noch viel Holz drin. Ich laufe mal schnell rüber. Ja, ich laufe. Ich lasse das Pferd jetzt einfach mal da hinten stehen. So böse bin ich. Ja, so böse bin ich. Ich werde die, äh, scharfe, wieso sag ich jetzt scharfe? Ich werde die Pferde auch auf der Weide ankoppeln, an Dingsen halt. Nur so, um sicher, also, um sicher zu gehen, dass die halt nicht abhauen, ne? Aber ich, ich glaube, die spawnen die auch nicht. So. So. Na gut, okay, lass uns nix mehr. Dann packen wir die Sticks aber noch hier rauf und dann geht's wieder rüber. Dann geht's wieder rüber. Da geht's einen schönen Tunnel, der echt cool ist, finde ich. Du wahrscheinlich nicht. Du fändst wahrscheinlich voll scheiße. Aber ich find das eigentlich ganz cool. So, wie das ist. Und jetzt, ich glaube, wenn diese Folge kommt, ist es schon, ja, wenn diese Folge kommt, ist es auf jeden Fall schon draußen. Das neue Ice-Hack ist dann da. Da freue ich mich sehr drauf, weil wir das ja gemeinsam spielen werden. Wir beide, du und ich, werden das gemeinsam spielen. Deswegen freue ich mich dann sogar noch mehr drauf. Gut, ähm, das ist dann natürlich schön, wenn man das so und so bauen, weiß du was, dann machen wir das so. Und so und so. Das wäre tatsächlich noch ein bisschen Platz. Haben wir eine wunderbare, schöne Koppel. Und hier müssen wir tatsächlich auch ein Stück Zaun machen wir einfach vor. Einfach nur so ein bisschen. So. Weil wir es können. und jetzt machen wir halt erstmal hier eins für ein Pferd und hier eins für das andere Pferd. So. Dann können wir auch erstmal was auflassen. Was auflassen. Ja, genau. Was auflassen. Können wir das auch erstmal auflassen, damit da halt... So. Du. Auf geht's. Nein. Nimm den. So. Und jetzt gehen wir mal eben schnell das andere holen. Das können wir da dann ja auch anbauen. Und dann werden wir mal Skelette töten gehen in der Nacht. Und werden dann Hunde besorgen. Ähm. Was wir dann noch brauchen. Ich wollte das Pferd holen. Mann. Was mache ich denn jetzt? Ich wollte doch nur das Pferd holen. Habe ich gerade echt das Pferd geschlagen? Hallo? Ich weiß nicht genau, wie man das abmacht. Ich krieg das auch gar nicht ab.